ja grüßi wo herzlich willkommen zum zweitletzten stream vor den ferien und zwar ist es so dass wir uns heute das thema logos anschauen und dazu gehen wir gleich ins internet und wir nehmen eine der stärksten marken der welt wir nehmen coca cola als beispiel das hier wollte ich vergrüßen so also wir gucken uns coca cola an und das lustige bei coca cola ist dass es mehr oder weniger das logo von anfang an behalten hat also hier sehen 1887 ok seht ihr es sieht mehr oder weniger schon so aus wie heute was vielleicht wichtig ist zu sagen dass zuerst war es nicht farbig hat damit zu tun dass farbig zu drucken sehr kostspielig war früher und deswegen waren logos meistens auch schwarz weiß weil man es dann ja einfach mit hinter gedruckt hat genau man hat vielleicht ein bisschen die verzierung geändert mal ein bisschen fetter mal ein bisschen dünner mal ein bisschen mehr geschwung aber grundsätzlich bleibt das logo gleich dann in den 60er jahren kam dann die farbe dazu das heißt es wurden druck dinge erfunden dass man farbe überhaupt drucken kann und dann 1969 kam hier diese design welle dazu das heißt es ist nicht nur die schrift als logo sondern es gibt auch design elemente dazu und dann in den 1980ern kam dieses classic ich glaube es war ein streit mit was besser ist cola oder pepsi und dann hat cola irgendwie das rezept angepasst und das passen leuten nicht mehr und hier kam wieder plastik aber das ändert eigentlich nicht am logo es ist nur einfach eine andere sache hier kamen dann ganz viele details weil der digital druck kam auf 2003 das heißt man konnte unendlich viele pixel drucken und dann hat man auch gespielt mit verschiedensten farben und verläufen und so aber dann spannenderweise 2007 kommt man wieder zurück zum schlechten und wir werden das bei vielen logos feststellen dass es eine ähnliche ein ähnlicher verlauf war wenn man zum beispiel vergleicht mit dem mit pepsi ähnliches logo zu beginnen auch hier dieses geschnörkelte verzierte und dann irgendwann kamen die farben dazu und die vielen details und dann spannenderweise wird es später wieder einfacher bis zum schluss bis zum schluss heute wieder ganz schlicht aussieht ich meine seht ihr hier ist das ding hier dreidimensional es hat ein licht und ein schatten und so aber dann plötzlich wird es ganz flach und das sehen wir zum beispiel auch bei den app icons evolution gucken wir uns an wie die apps sich entwickelt haben das ist eine ähnliche geschichte also ihr seht als man begonnen hat hat man freude gehabt ja ich kann hier einen verlauf machen ich kann hier schatten machen ich kann hier licht machen und glanzeffekte und all das aber dann plötzlich wird es wieder einfacher seht ihr das es ist nicht mehr kompliziert mit licht und schatten sondern es wird wieder ganz schlicht auch hier gibt es ein zwei drei vier verschiedene farbflächen das eine andere farbe hier kommt noch ein glanzeffekt und hier ist dann einfach eine fläche und eine dünklere fläche darunter also ganz simpel und dann android 6 0 seht ihr hier unten finde ich noch lustig hier versucht man alle logos mit diesem play button zu machen weil man wahrscheinlich irgendwie dieses dieses prinzip hier durch alle apps durch machen will dass man bei allen apps sofort sieht das ist von der gleichen firma auch hier wenn ihr euch das anguckt genau genau dasselbe prinzip also von kompliziert hier zu wieder ganz einfach und zwar bei jedem von diesen apps das heißt es ist einfach ein trend und bei diesem trend springt man dann auf weil man sagt unser logo muss auch hype und fresh und style sein ein spannendes beispiel dafür finde ich zum beispiel wenn wir instagram uns angucken instagram start und das instagram logo seht ihr mittlerweile ein ganz einfaches viereck mit abgerundeten kanten ein kreis und ein weiterer punkt aber wenn wir uns schauen wie instagram mal ausgesehen hat dann stellen fest instagram old mal gucken genau ursprünglich hat so ausgesehen genau es ist nicht so dass die computer irgendwie zu viel rechenleistung brauchen um sowas zu berechnen und ich meine das war jetzt ein zwischenschritt das ist jetzt ein bisschen vereinfacht aber heute ist wirklich ihr seht also ich finde das krass diese veränderung die form selber sind einfacher aber die farbverläufe vielleicht gerade nicht aber das finde ich schon spannend also wir können sehen dass die logos von einem komplizierten 3d langsam wieder zu einem einfachen kommen das ist vor allem einfach design design fragen also was gibt es jetzt für logos wenn wir selber ein logo kreieren wüssten dann können wir nicht einfach ich mache jetzt ein logo sondern wir brauchen ein produkt und beim produkt coca cola zum beispiel sehen wir in in der schrift selber drin seht ihr dieses geschwungene hier dieses wellenartige und dieses wellenartige wird quasi ist die assoziation von diesem trinken von diesem flüssigen so und wenn ihr seht zuerst was coca cola das hat etwas sehr hartes und ist hat wenig mit dem tun was die marke aussagen will die marke will dieses flüssige trinken dieses style element haben und das erste hat es überhaupt nicht so einfach bam 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 und das passt irgendwie auch nicht sie hatten zwischenzeitlich wieder sowas versucht hier mit coke seht ihr bam bam aber das hat nicht so gut funktioniert weil das coca cola hat schon einen einen viel besseren einfluss ihr seht coca cola hat weniger verändert während pepsi die ganze zeit wieder etwas neues probiert hat nicht alle marken verändern sich die logos gleich schnell suchen wir zum beispiel star starbucks starbucks als logo auch so ein beispiel das heißt mittlerweile ist dieses dieses logo hier vielen orts zu sehen auf dem logo hier sieht man keine schrift mehr das heißt das logo ist nur ein bild ein vereinfachtes bild wenn ihr euch fragt was das hier ist das sind fisch fisch hinter teile das ist nämlich eine 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 mehrungsfrau so können wir das eingeben genau das wäre mal angucken ob es das irgendwo wie das irgendwo finden es ist nämlich das ist alles nur gezeichnet und und guck nein ähm wo könnte man das finden gucken wir uns das an ja vielleicht hier wo ist das zick ich möchte euch anhand von dem zeigen wie das mit dem logo entwickeln geht also ja ich kann das nicht ich kann das nicht zeigen aber grundsätzlich vielleicht sieht man es hier ein bisschen besser also das ist hier dieser körper und hier kommen diese fisch hinter teile raus und das ist quasi ein ein symbol eine figur aus dem irischen weil starbucks ist ursprünglich mal ein irisches unternehmen gewesen eine mehrung frau und dann hat man diese figur versucht einfach darzustellen und hat zuerst immer noch starbucks coffee drumherum aber mittlerweile findet man genau selbe auch einfach das logo ohne text also es gibt logos wo plötzlich der text verschwindet wie bei instagram weil bei instagram stand ja auch insta drauf und es gibt aber auch umgekehrt und es gibt auch logos die rein schrift sind zum beispiel fedex seht ihr das das heißt dieses logo hat jetzt nicht eine figur noch dazu sondern nur das was übrigens witzig ist seht ihr hier drin hat es einen pfeil seht ihr das ein lila pfeil so das ist das einzige symbol eigentlich das heißt wenn fedex irgendwo ein ein symbol drauf klatschen will dann müssen sie immer die ganze schrift das gibt es auch und dann gibt es witzige zwischenschritte wie zum beispiel wenn ihr das mcdonalds logo habt das heißt zum einen gibt es das logo natürlich mit der schrift und zum anderen kann man dann einfach auch ein buchstabe als einzelnen symbol eingeben wenn ihr jetzt sagt wie einfach ein großes m machen was ist denn der unterschied zum beispiel zwischen hier mcdonalds und migo das ist auch ein m und ihr seht dieses m hier sagt etwas ganz anderes aus orange übrigens ist in der werbebranche oft koppelt mit billig oder günstig das heißt wenn ihr preisreduktionen habt und habt ihr oft orange kleber manchmal geld manchmal rot aber vor allem orange das heißt migo sagt hier mit ihrem logo wir sind wir sind günstig übrigens hat auch koop hat auch koop genau dieses orange drin das war übrigens das alte koop logo also als ich früher noch einkaufen gegangen bin ganz früher dann habe ich dieses logo ab und zu noch gesehen und ihr denkt euch was ist das ist hier ein c ein zwei rund und ein rundes und ein strich sondern ihr seht das ist ko 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 und das dieses strich und dieses p ist wieder ein p coop genau und das ist ein bisschen umständlich gewesen das heißt die idee vom logo war witzig aber es hat niemand wirklich verstanden und dann hat man mehr und mehr das logo gebraucht und mittlerweile dann dieses logo hier übrigens koop ist eine abkürzung von kooperation also ko ist mit und op operation koop deswegen ist auch dieses o zum beispiel miteinander verbunden weil es ist eine kooperation genau also ihr seht man kann ganz vieles in logos rein stecken und rein denken jetzt gehen wir zum beispiel noch zu den automarken zum beispiel eine aufwendige automarke zum beispiel bei bmw sehen wir genau dasselbe prinzip hier haben wir wieder 100.000 glanzeffekte und so weiter und auch dieses logo hat eine evolution durchgemacht das heißt das war früher mal einfach als es eingetragen wurde das markenzeichen und dann kam ein paar farbanpassungen es wollte ein bisschen moderner sein und so und dann bei 1997 dann das mit den glanzeffekten und 3d und alles mögliche aber jetzt wird plötzlich wieder ein ganz simples verwendet ein also je nachdem wo man dann das logo hat genau also auch hier gibt es diese einfachen übrigens wenn ihr euch fragt was dieses blau weiß hier drin sollen was das bedeutet das hat das hat damit zu tun dass die flagge von 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 bayern das ist die flagge von bayern seht ihr blau weiß nebeneinander schleifen und bmw ist ja die abkürzung von bayerische motorenwerke das heißt hier drin dass sie nicht zufällige farben sondern die bedeuten etwas die kommen direkt aus dem logo des ortes genau was könnte man machen für das kommt jetzt nehmen wir nehmen wir ferrari ferrari logo genau auch hier gibt es verschiedene varianten und ihr seht je nachdem in welchem zusammenhang ist natürlich eine ein bisschen andere form ist natürlich die passende es gibt auch den schriftzug allein aber der schriftzug allein würde ich sagen ist weniger berühmt als das pferd also wenn ich das pferd sehe dann denke ich schon eher an ferrari als diese schrift diese schrift könnte irgendwo sein das ist übrigens ganz witzig weil es gibt gewisse dinge wo man sofort an der schrift erkennt was es ist und andere logos braucht man ein bisschen mehr informationen könnten wir noch für ein facebook facebook also hier hat sich grundsätzlich auch genau dasselbe geändert zuerst was auch ein bisschen dreidimensionaler und dann wurde es wieder ein bisschen einfacher und plötzlich einige apps wollen runde logos andere viereckige die passen sich eigentlich auch laufend an das sind auch möglichkeiten aber diese schrift hier ist nicht irgendeine schrift sondern facebook hat selber quasi eine schrift das ist auch eine variante also wenn wir zum beispiel auch zeitschriften haben wenn wir hier aufgehen das wäre jetzt die seite von watson und das logo das logo ist relativ simpel ihr seht das das ist einfach diese schrift eine schrift und dann diese lila balken aber dieser lila balken der kommt hier auf dieser seite die ganze zeit seht ihr das hier ist lila balken hier interviews lila so das heißt dieses logo nimmt eigentlich einfach dieses lila dieses lila auf das ist auch eine variant dass man ein branding hat also dass man überall bei der markt die selben dinge hat die das wie schreibt man das mit zwei d mit dem natürlich so falsch gesehen das stimmt egal also adidas auch ein gutes beispiel die haben das auch top gemacht das heißt wir haben hier diese drei streifen und die drei streifen die kommen auch im logo vor äh nicht ich meine die streifen logo kommen auch in der kleidung voraus wenn die streifen zum beispiel seht das ist auch eine form von branding die sehr gut funktioniert und hier zum beispiel auch die drei streifen das sind möglichkeiten ein logo zu machen dass dann der wiedererkennungswert größer ist das war übrigens das alte logo also hier waren es nicht drei streifen sondern drei blätterartige dinge das logo kommt wahrscheinlich jetzt wieder ein bisschen mehr weil es retro ist das heißt logos von früher sehen es plötzlich wieder cool aus und tippt und alle wollen sowas machen aber das offizielle logo ist eigentlich schon das einfache genau was gibt es noch für gute logos logos also wenn wir uns zum beispiel das google logo das google logo angucken auch hier komplex komplex und dann wird es immer wieder einfacher und zum schluss seht ihr hier dieses letzte was wir jetzt haben das ist so sind so simpel zu einfach gemacht genau witzig haben sich die farbe geändert kurz gucken rot gelb blau nein nein die haben tatsächlich das g hier war mal eine andere farbe die also der erste buchstabe hat geändert die erste buchstabe hat geändert aber der rest eigentlich gleich ist spannend genau und die aufgabe von heute wäre quasi ein logo zu finden und jetzt kommt die frage wie macht man ein ganz wichtig sport dann hebe hebe deinen nächsten also wenn wir jetzt so ein logo haben seht ihr hier auch wieder so ein mittelkomplexes das heißt hier haben wir zwar drei dimensionalität aber wie ihr schon im video über graffitis gesehen habt ist das einfach eine weitere eine weitere dreidimensional scheinen der fläche eigentlich ist nur eine schwarze fläche das heißt dieses ganze logo hier obwohl es komplex und kompliziert aussieht, ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Das heißt, wir haben gelb, wir haben weiß, wir haben schwarz. Wir haben keine Verläufe, wir haben keine Glanzeffekte, wir haben keine Transparenzen, wir haben nur Flächen schwarz, gelb und ganz, ganz wenig weiß. Das heißt, auch wenn das Logo kompliziert aussieht, muss es nicht unbedingt schwierig sein. Wieso eigentlich nur ein oder zwei Farben? Das hat vor allem mit dem Druckverfahren zu tun. Und zwar, wenn ihr Dinge druckt mit dem Sieb-Druck-Logo, wenn ihr etwas aufdruckt auf Textilien, also für Kleider oder sowas, dann ist es am besten, wenn man eigentlich nur ganz wenige Farben hat, weil dann kann man das Sieb-Druck-Verfahren verwenden und dann wird die Farbe richtig stabil, richtig dick, richtig kräftig. So wie zum Beispiel hier dieses Orange oder dieses, genau, wir gucken uns ein paar Beispiele an, genau. Also man hat so ein Sieb und mit dem Sieb, das kann man dann draufpressen und so kriegt man diese Farbe. Also alles, was hier einfarbig ist, dann gibt es, das habt ihr auch schon gesehen, auf dem Stoff gibt es so eine Fläche drauf, nicht Punkte, sondern eine Fläche und dann, durch das kriegt man viel die krasseren Farben. Aber ihr seht, die meisten Sieb-Druck-T-Shirts sind einfach eine Farbe. Das heißt, man versucht bei einem Logo oft nur möglichst wenig Farben zu verwenden. Das heißt, wenn ich das jetzt hier auf ein schwarzes aufdrucken würde, brauche ich eigentlich nur gelb und weiß. Versteht ihr das Prinzip? Oder wenn ich es auf weiß drucke, brauche ich schwarz und gelb. Aber grundsätzlich möglichst einfach. Genau, also auch hier drei Defekt, wenn euch das interessiert, geht ins Video rein über Graffiti-Star, seht ihr das. Und wenn ihr Fragen habt, einfach schreiben. Etwas anderes, Sports zum Beispiel, gucken wir uns die NHL an. Also, wenn wir die NHL angucken, das ist, glaube ich, Eishockey in den USA. Stimmt das? Ja, okay. Okay, und dann haben wir hier eine Menge Logos. Und die könnten uns auch Ideen liefern, wenn wir dann selber ein Logo kreieren wollen. Also, wir sehen hier, auch die haben immer eine klare Außenform. Das heißt, es ist kein Verlauf, sondern es sind Flächen, die einfach sind. Das heißt, hier beginnt sie, hier hört sie auf, es gibt keinen Verlauf, sondern es sind wirklich Flächen. Und die meisten Logos bestehen aus drei Farben. Also, das hier wäre zum Beispiel blau, weiß, rot. Das wäre schwarz, weiß, rot, weiß, rot. Blau, weiß, rot. Dieses rot, weiß, blau. Auch hier, schwarz, rot und dieses beige. Also, ihr seht, ganz wenige Farben. Das ist, glaube ich, auch wichtig, wenn das Logo prägnant und so rüberkommen wird. Und ganz klare Flächen, ganz klare Farben. Und ihr seht, hier gibt es auch die Lösungen. Entweder man geht einfach von Buchstaben aus oder man geht von einer Form aus. Ein Dreieck, ein Kreis oder ein Wirbel. Und dann hier gibt es wieder Objekte. Das wäre zum Beispiel jetzt ein Rad und ein Flügel oder Sterne sind auch beliebt. Und eine Mischung, ein Buchstabe, aber dann irgendwie eine Welle, ein Buchstabe mit einem Effekt. Also, auch das beim Graffiti, das könnt ihr auch gut verwenden. Oder Buchstabe, die in Symbole übergehen. Also, hier zum Beispiel diesen Teufelshintergrund. Also, Teufelschwanz und hier diese Teufelshörner. Oder Tiere zum Beispiel. Gibt es ganz viele, diese Säbelzahntiger oder dieses, dieser Pinguin oder dieser Gepard oder was ist das? Was ist das? Kranik, Wildcat oder irgendeine Kranik. Puma, Puma. Puma, Mountain Lion. Genau. Und da, das hat dann damit zu tun, was dieser Club zum Beispiel für ein Maskottchen hat oder so. Also, wie gehen wir jetzt vor? Jetzt kommt die Aufgabe, wir müssen etwas kreieren. So. Das heißt, zuerst brauche ich eine Idee, für was für ein Produkt mache ich das Logo. Das heißt, ich muss entweder ein Produkt finden, das ich cool finde und ein neues Logo kreieren. Aber das ist schwierig, weil ich lasse mich dann nur ablenken von dem Logo, was es schon gibt. Aber ich kann mir ein Produkt erfinden. Zum Beispiel, ich erfinde, ich erfinde, keine Ahnung, ich erfinde Honig. Ich habe beim Kumpel Honig bestellt. Ich mache jetzt ein Logo für Honig. Und jetzt kann ich einfach Ideen sammeln. Das heißt, ich mache ein Mindmap, das kennt ihr. Ich überlege mir Honig und dann kann man das noch ein bisschen dunkler machen. Das wäre das Beste. Ne, man selber, ich bin froh, wie das jeder Tag stimmt ist. Also, Honig, Honig, mein Freund. Und dann kommt sofort Biene, Assoziation. Oder Waben, Bienenwaben. Oder Topf, Honigtopf. Und dann Winnie the Po. Wie schreibt er da? Po, Po, Poe. Ich habe ja auch nicht. Ähm, Honig, was kann ich noch? Klebrig. So, äh, Tropfen, Tropfen. So, ich mache einfach ein Mindmap und dann gucke ich mir, zu was kann ich etwas machen. Zum Beispiel, ich würde jetzt, Biene ist so ein bisschen Standard. Das kennt man. Könnte ich zum Beispiel einfach so etwas machen. Und auch hier wieder vereinfachen. Die meisten Logos sind sehr vereinfacht. Das heißt, man könnte zum Beispiel so etwas machen. Streifen und dann, äh, Flügel. So was zum Beispiel. Und dann hier Logo. Hä? Logo, zum Beispiel. Und dann, ähm, keine Ahnung, wenn ich was mit Waben machen will, dann mache ich hier Sisi Sachs, Moisi Sachs. So. Und dann mache ich hier zum Beispiel So etwas. Und dann mache ich ganz viele so einfach spontane Ideen, nicht zu lange überlegen. Und dann, wenn ich dann sage, ähm, was mache ich? Oder zum Beispiel, ähm, Logo. Und dann mache ich hier, ähm, sorry, Bienenwaben. Und dann geht es hier zum Beispiel über in einen Tropfen oder so. Und dann nehme ich, sage ich mir, äh, von all diesen Dingen hier gefällt mir eigentlich das am besten hier. Also überlege ich mir, wie kann ich dieses Logo besser umsetzen. Das heißt, ich mache jetzt eine Sammlung von verschiedenen Möglichkeiten. Das heißt, ähm, ich mache zum Beispiel das mit den Gestreiften. So. Ich mache Flügel. Und dann, oh, seht ihr, das kann ich wie zu einem L, zu einem O machen. Logo zum Beispiel. Und dann mache ich ein anderes. Das Dreieck finde ich auch witzig. So. Dann mache ich auch die Schrift dreieckig. So. Mach dann hier zum Beispiel die Biene. So. Zum Beispiel. Und dann sage ich, das ist eigentlich cool, aber ich könnte es mit der einen anderen Schrift versuchen, die ein bisschen geschwungener ist. So. Logo. Und dann sage ich, ah, nee, das gefällt mir eigentlich, aber ich muss es irgendwie noch ein bisschen mehr geschwungener machen. Und dann sage ich, was wäre, wenn ich das hier hier einfüge. Und dann mache ich ein nächstes. Zum Beispiel so. Logo. Dann mache ich hier dieses G. Oh. Und mache hier zum Beispiel diese Biene. So. Ich mache zum Beispiel hier dieses Ding. Und dann macht ihr einfach eine ganze Seite. Möglicherweise eine ganze Seite mit 100 verschiedenen Vorstellungen. Und dann könnt ihr am nächsten Tag, ganz wichtig, nicht am selben Tag, oder zumindest nicht in der selben Zeit, macht eine Pause, geht, keine Ahnung, nach draußen oder hört Musik oder macht irgendwas anderes. Und dann kommt ihr zurück. Und dann seht ihr all eure Ideen ein. Und dann sagt ihr, hm, was gefällt mir wo. Und dann sage ich, hier gefällt mir zum Beispiel dieses Element hier. Das finde ich gut. Aber die Schrift finde ich langweilig hier. Da finde ich diese Schrift hier spannender. Und dann könnt ihr zum Beispiel diese beiden Dinge zusammensetzen. Und dann könnt ihr euch überlegen, welche Farben kann ich verwenden. Da kann ich mir überlegen, zum Beispiel hier mache ich ganz klar, das ist schwarz. Und dann hier gelb, gelb, hier weiß. Und dann mache ich zum Beispiel hier noch eine weiße Linie drumherum, um das noch ein bisschen hervorzuheben. Und bei der Schrift, wie mache ich dann die Schrift, die mache ich dann wahrscheinlich auch ein bisschen fetter. So, hm. Logo, so. Und dann könnt ihr, ich könnte auch streifen, zum Beispiel so, wie die Biene. So. Aber das ist vielleicht zu krass. Aber vielleicht könnte ich einfach das L gelb machen. Dann schwarz, rot, gelb. Genau. Das ist die Idee. Das heißt, ihr versucht ein Logo und macht Skizzen, 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 Skizzen. Und irgendwann habt ihr das perfekte Logo. Und dann könnt ihr das umsetzen. Und dann habt ihr ein Logo. Also im Normalfall geht das so. Das heißt, ein Kunde, wie zum Beispiel diese Honigmarke, kommt und sagt, wir brauchen ein Logo. Und dann kommt der Designer und dann macht der Hon dazu Versuche, schickt es denen. Und dann besprechen die zusammen, was gefällt ihnen am meisten. Und dann sagen sie, wir wollen etwas zwischen Variante A, B und C. Und dann macht der Designer das, macht aus diesem verschiedene Vorschläge. Und dann wird so runtergearbeitet, bis zum Schluss entschieden wird, welches Logo verwendet wird. Und das wäre die Aufgabe. Er findet ein Logo, am besten zu einem Produkt, das ihr auch erfunden habt. Ihr seid inspiriert von der Natur, von Buchstaben, von Elementen, von irgendetwas. Fröhliches, fröhliches Pass. Das kann ein Fußballverein sein, den es nicht gibt. Oder eine Automarke, oder ein Essensprodukt, oder eine App. Genau. Das wäre die Aufgabe. Ich wünsche, ich wünsche eines schönes Tagen. Für den Logo. Das wäre die Aufgabe. Ich wünsche mir jemandem, was ich, warum ich meinem Präferartenéeял. Ich wünsche dir, ich würde dir, ich würde niemals überraschen. Ich wünsche mir jemandem, was ich es nicht heir. Bitte, ich wünsche dir zurück, ich würde euch nun besser такого不能 sagen. Ich wünsche dir was gut sicher Bl mögen. Untertitelung des ZDF, 2020